Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt euch bestimmt letzte Woche gewundert. Mensch, es kommt überhaupt kein Video von der Leila. Was ist denn da los? Ich habe einfach nur eine kleine Pause gemacht. Ich war nicht einkaufen, somit konnte ich euch auch nicht zeigen. Aber es gibt Neuigkeiten. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gestartet, zwecks Vlog. Ich würde so gern wieder Vlogs drehen, aber irgendwie habe ich mir so Gedanken gemacht, es passt nicht hier speziell auf meinen Kanal, weil ich bin ja komplett umgestiegen auf Holz und das wird es auch in Zukunft, wird es weiterhin Holz geben und zwar zweimal die Woche, regelmäßig. Ich habe mir gedacht, ich werde einen zweiten YouTube-Kanal öffnen, wo ich wirklich meinen Alltag filme. Ja, und ich hatte ja auch, ja, ich hatte letzte Woche gesagt auf Instagram, ja, nächste Woche kommt ein Vlog. Aber dieser Vlog ist ab sofort auf meinem anderen Kanal. Ich werde am Ende des Videos werde ich euch meinen neuen Kanal einblenden. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Spaß daran habt, Vlogs zu schauen und ja, dann schaut doch gerne mal bei mir auf dem anderen Kanal vorbei. Da würde ich mich mega freuen. Lasst mir gerne ein Abo da. Würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr mich unterstützt, vorausgesetzt, ihr mögt es, ja. Es gibt ja, es gibt Sachen, die mag ich auch nicht, ja. Ich gucke ja auch nicht jedes Video, das ist ja auch ganz normal. Ja, wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, wenn euch Vlogs gefallen und wenn ihr sehen wollt, wie ich meinen Alltag so bewältige, dann schaut doch ganz gerne mal vorbei. Ja, was erwartet euch auf dem anderen Kanal. Wie gesagt, ich werde mich so gehen, wie ich bin. Ich verstelle mich absolut nicht. Mal ist es albern, mal ist es zu konservativ, mal ist es, ja, ich bin halt abwechslungsreich, sagen wir es mal so. Ja, ich schwenke immer hin und her, hin und her, aber das bin nun mal ich und das werde ich euch auf meinem neuen Kanal zeigen, oder zwei Kanal, weil dieser Kanal bleibt ja weiterhin bestehen. Ja, ich werde, es wird auch DIY-Produkte, äh, Produkte, Projekte geben. Ähm, ich werde euch mein Haus zeigen, es wird es öfters ein Home-Tours geben, es wird ein Vlogtober geben, es wird ein Vlogmas geben, ja, wie man sich das halt so vorstellt. Einfach so ein Familienkanal, wo halt, äh, der Alltag getrennt wird. Ja, das dazu, das wollte ich euch mal mitteilen. Nicht, dass ihr euch wundert, Mensch, es sollte doch heute eigentlich ein Vlog kommen. Ja, aber dieser Kanal bleibt natürlich weiterhin bestehen und natürlich werde ich weiterhin einkaufen gehen und das werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr werdet natürlich weiterhin zugebombt mit mein Hauls. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon für heute. In ein paar Tagen kommt natürlich wieder ein Haul und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, bleibt schön gesund und ja, auf euren Besuch freue ich mich auf meinem Zweitkanal, den werde ich euch jetzt einblenden. Ciao, ciao!